Frau Münster meets Streetchurch und unser Rapper tanzt dabei mit den Orgeln und darum sind Sie mit dabei, feieren Sie mit. Jetzt habe ich noch etwas. Ja, doch sage ich da noch, liken Sie und... Ja, eben und das Like nicht vergessen. Genau. Das ist gut, danke. Was ist gut, dass das Like nicht vergessen? Ja, das Like nicht vergessen. Jetzt machen wir es nochmal, aber es war gut.